Heute für euch, alle 13 Male, in denen Severus Snape Harry Potter gerettet hat. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die verschiedenen Male sprechen, in denen Professor Severus Snape für die Rettung von Harry Potter verantwortlich war. Natürlich auch in chronologischer Reihenfolge. Bevor wir starten, guckt doch gerne mal in der Videobeschreibung beim ersten Link vorbei. Dort findet ihr eine kleine Umfrage, die ich erstellt habe, um noch bessere Videos für euch produzieren zu können. Wenn ihr die kurz ausfüllen würdet, würde mir das sehr doll weiterhelfen, da mir das ein klein mehr Einblick in euch und eure Wünsche geben würde. Vielen Dank. Ohne weitere Umschweife lasst uns aber direkt loslegen. Obwohl es zweifellos wahr ist, dass Snape wenig Sympathie für den Jungen der Überlebte empfand, bleibt die Tatsache bestehen, dass er eine tiefe Zuneigung für Harrys verstorbene Mutter Lillipotter hegte. Jeder, der den letzten Teil der Harry Potter Reihe gelesen oder gesehen hat, weiß, dass Severus Snape seine Loyalität zum dunklen Lord aufgab, um als Doppelagent für Albus Dumbledore und den Orden des Phönix zu dienen. Seine Gefühle für Lily vertieften sich nach ihrer Ermordung, die von Voldemort selbst begangen wurde, nur noch mehr. Nach Lillys Tod schien der einzige Teil von ihr, der weiterlebte, natürlich ihr Sohn Harry Potter zu sein. Bedauerlicherweise war der junge Harry für Snape eine ständige Erinnerung daran, dass Lily ein Leben und einen Partner gewählt hatte, der nicht Snape war. Dieser Partner war natürlich James Potter, der während ihrer gemeinsamen Zeit in Hogwarts ein Gleichaltriger von Severus und Lily war und Snape jahrelang gequält hatte. Was bleibt uns also? Es ist bekannt, dass Snape höchstwahrscheinlich zutiefst zerrissen war in Bezug auf seine Gefühle für den jungen Harry Potter, besonders als dieser endlich elf Jahre alt war und in Hogwarts ankam. Dies geschah viele Jahre nach dem tragischen Tod von Lily und ihrem Ehemann, den Snape verabscheute. Ihr Tod ereignete sich, nachdem Snape seinen ehemaligen Meister verraten hatte, indem er versuchte, Lily zu retten, was jedoch dazu führte, dass sie starb und Voldemort entkommen konnte. Puh, ich meine, das sind genügend widersprüchliche Gefühle, um jemanden dazu zu bringen, sich ein wenig bizarr zu verhalten, oder? Findest du nicht? Es ergibt also durchaus Sinn, warum Severus Harry so oft vor tödlicher Gefahr beschützt hat, während er gleichzeitig seinen Hass auf den Jungen verkündete. Das führt uns natürlich zu all den Situationen, in denen Severus Snape Harry Potter gerettet hat, trotz seiner mürrischen Art, dies zu tun. Legen wir direkt los. Der Gegenfluch für Harrys verhexten Besen Im ersten Band, Der Stein der Weisen, wird Harrys Besenstiel während seines ersten Quidditch-Spiels verhext. Er wird hoch in die Luft geschleudert und der Fluch hätte ihn tatsächlich von seinem Besen in den Tod stürzen können. Glücklicherweise erkennt Snape die Umstände und murmelt während des gesamten Spiels Gegenflüche. Da er sich bewusst ist, dass Harry bei den kommenden Spielen derselben Gefahr ausgesetzt sein könnte, geht Snape sogar so weit, Harry zu schützen, indem er beim nächsten Quidditch-Spiel von Gryffindor als Schiedsrichter fungiert. Harry Potter den Expelliarmus-Zauberspruch beizubringen In die Kammer des Schreckens, als Gilderoy Lockhart seinen kurzlebigen Duellier-Club gründet, unterrichtet Snape Harry, wie man den Zauberspruch Expelliarmus ausführt. Obwohl diese Anweisung Harry nicht direkt in diesem Moment rettet, verwendet Harry Potter den Zauberspruch sehr oft in defensiveren Situationen gegen gefährliche Flüche, dass er oft als ein Signaturzauber bezeichnet wird. Da es sich um einen Verteidigungszauber handelt, der den Hexen oder Zauberern hilft, schädliche Flüche abzuwehren, ist es nur logisch anzunehmen, dass jedes Mal, wenn Harry den Expelliarmus-Zauber einsetzt, Severus Snape ihm indirekt das Leben gerettet hat. Der Einsatz von Vipera Evanesca zum Schutz von Harry Während derselben Duellier-Club-Sitzung in der Kammer des Schreckens kommt Snape Harry erneut zur Hilfe, als Draco Malfoy während des Duells eine Schlange heraufbeschwört. Da Severus Snape nicht weiß, dass Harry ein Parselmund ist, was bedeutet, dass er mit der beschworenen Schlange hätte kommunizieren können, spricht der Professor den Schlangen-Verschwindungszauber Vipera Evanesca aus, um Harry vor Schaden zu bewahren. Das Einschreiten in der Vollmondnacht Ein weiterer bedeutender Moment, in dem Severus Snape Harry in der Gefangene von Azkaban zur Hilfe kommt, ist während der Vollmondnacht. Gegen Ende dieser Handlung stellt sich Snape nicht nur zwischen Harry und die vermeintliche Gefahr, die von Sirius Black ausgeht, sondern folgt auch Remus Lupin aus Hogwarts. Er bemerkt, dass Remus Lupin vergessen hat, seinen Trank zu nehmen. Dieser Trank verhindert, dass Lupin sich bei Vollmond in einen gefährlichen Werwolf verwandelt. Durch dieses Eingreifen kann Snape Harry, Ron und Hermine davor bewahren, von Lupin nach seiner Verwandlung angegriffen zu werden. Der Unterricht in der Oklomentik Natürlich ist einer der bekanntesten Fälle, in dem Snape versucht, Harry Potter zu helfen, der Unterricht in der Oklomentik. Dieser Unterricht zielt alleine darauf ab, Harry die Fähigkeit beizubringen, seinen Geist vor Lord Voldemort zu verschließen. Eine Fähigkeit, die ihm durchaus das Leben retten könnte. Leider führten diese Stunden trotz der Bemühungen, die ehrlich gesagt nicht gerade die besten waren, zu nur sehr geringen Fortschritten und enthüllten vor allem die Feindseligkeit, die zwischen ihnen bestand. Die Bereitstellung eines gefälschten Veritaserum-Trankes In der Orden des Phönix sieht sich Harry mit der verachtenswerten Dolores Umbridge konfrontiert, einer neuen Professorin in Hogwarts. Ihr übermäßig freundliches Auftreten entpuppt sich als nichts weiter als eine Fassade für das, was einige als das pure Böse bezeichnen würden. An einer Stelle in diesem fünften Teil der Reihe bittet sie sogar Severus Snape um Hilfe bei der Befragung von Harry. Ja, sie hat Schüler befragt, indem sie Snape darum bittet, ihr das Wahrheitsserum, also das Veritaserum, herzustellen. Doch Snape vertröstet sie nicht nur und zögert die Herstellung des Trankes hinaus, sondern reicht ihr auch ein gefälschtes Veritaserum. Damit schützt er Harry vor den Auswirkungen des Zaubertrankes und hilft ihm zugleich, den Aufenthaltsort von Sirius Plague und den Unterschlupf des Orden des Phönix zu verbergen. Die Alarmierung des Ordens über Harrys Verschwinden Am Ende von der Orden des Phönix verschwindet Harry im verbotenen Wald in der Nähe von Hogwarts. Professor Snape macht sich auf die Suche nach ihm. Als er feststellt, dass Harry nicht mehr auf dem Gelände von Hogwarts ist, alarmiert er den Orden und schickt sie zum Zaubereiministerium in London, um Harry von den Verfolgern der Todesser zu schützen. Harry darf sein Zaubertränkebuch behalten Am Ende des sechsten Teils der Reihe der Halblutprinz erfahren wir, dass Severus Snape sich selbst den Titel Halblutprinz gegeben hat. Wie er Harry erklärt, ist er ein Halblutzauberer und der Mädchenname seiner Mutter war Prinz. Was wir nicht wissen ist, warum Snape Harry erlaubt hat, sein Zaubertränkelehrbuch zu benutzen, das detaillierte Notizen enthielt, es sei denn, er wollte Harry absichtlich helfen, ohne ihm direkt zu helfen, falls du verstehst. Snape wusste zweifellos, dass Harry sein altes Lehrbuch nutzte, denn er spielt darauf an und wirft ihm schließlich am Ende von dem Band vor, seine eigenen Zaubersprüche gegen ihn zu verwenden. Dies deutet darauf hin, dass Snape Harry erlaubte, seine Notizen zu nutzen, was letztendlich dazu beitrug, dass Harry die Wahrheit über Voldemorts Horcruxe aufdeckte. Das war ein entscheidender Schritt, der Harry und die anderen zum Sieg über den dunklen Lord näher brachte. Harry davor zu bewahren, einen Mord zu begehen Im selben Buch oder Film, je nach Perspektive, hindert Snape Harry auch daran, ein abscheuliches Verbrechen zu begehen. Nachdem Harry einen der Zaubersprücher aus Snapes altem Lehrbuch für Zaubertränke benutzt hat, um Malfoy anzugreifen, steht Draco Malfoy kurz vor dem Tod. Wenn Professor Snape nicht Malfoys schwere Verletzungen geheilt hätte, hätte Harry sich des Mordes schuldig gemacht. Dies hätte zweifellos Auswirkungen auf seinen Charakter, seine moralischen Werte und seinen geistigen Zustand gehabt. Die Todesser davon abzuhalten, Harry Potter zu töten Eines der unmittelbarsten Beispiele dafür, wie Snape Harrys Leben rettete, ist, dass er Voldemorts Todesser daran hindert, ihn zu töten. Er gibt vor, dass Harry für den dunklen Lord selbst gerettet werden muss, bzw. für ihn lebend aufbewahrt werden muss. Warum er dann nicht zuließ, dass sie Harry gefangen nehmen und ihn direkt zu Voldemort brachten, wirkt natürlich ziemlich verdächtig. Dennoch gebührt Severus Anerkennung dafür, dass er den Tod von Harry verhindert hat. Die Idee der Lockvogel Potters Im siebten Teil der Reihe muss sich Snape vollständig in Voldemorts Gunst integrieren und seine wahre Zugehörigkeit zum Orden des Phönix verschleiern. Zu diesem Zeitpunkt war Snape so tief getarnt, dass niemand außer Professor Dumbledores Porträt im Büro des Schulleiters von Hogwarts sich der unglaublichen Risiken bewusst war, die er einging, um Harrys Leben zu schützen. Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist die Tatsache, dass er wusste, dass Voldemort das Datum kannte, an dem der Orden Harry in Sicherheit von Grimmauld Place bringen würde. Natürlich konnte er das den Mitgliedern des Ordens nicht einfach mitteilen, da alles davon ausging, dass er ein mörderischer Verräter sei. Also verzauberte er Mandangis Fletcher, damit dieser die Idee von mehreren Lockvögeln, den Potters, verbreitet, um Harry die besten Überlebenschancen zu verschaffen. Die Bereitstellung des Schwertes von Godric Gryffindor Snape brachte das Schwert von Gryffindor in einen See in der Nähe des Lagers, das Harry und Hermine dort errichtet haben. Um Harry dorthin zu locken, zaubert Snape sein Patronus und lockte Harry auf den See. Harry mit dieser Waffe auszustatten, die in der Lage ist, Horkruxe zu zerstören, ist natürlich nicht so sehr ein Akt der Rettung von Snape, sondern hilft ihm vielmehr, Voldemort zu besiegen. Man könnte jedoch argumentieren, dass Harry durch seine Hilfe bei der Zerstörung einer der Horkruxe des Dunklen Lords dazu beiträgt, der Ausrottung der Bedrohung durch Voldemort näher zu kommen, der natürlich eine ständige Bedrohung für Harrys Leben darstellt. Ein konkreterer Akt zur Rettung von Harry folgt jedoch unmittelbar. Severus Snape verlässt den See nicht, bevor er sich vergewissert hat, dass Harry von Ron sicher aus dem Wasser geholt wurde. Die letzten Anweisungen, wie man Lord Voldemort besiegt Der 13. und letzte Fall, zumindest nach meiner Erzählung, in dem Severus Snape Harry rettet, ist der, in dem er seine Erinnerungen mit ihm teilt. Dieser Moment, in dem er Harry vor seinem Tod in die Heiligtümer des Todes seine Erinnerungen offenbart, spricht Snape nicht nur von seiner Schuld am Tod von Dumbledore frei, sondern erklärt auch seine Gefühle für Harrys Mutter, warum er Harrys Vater nicht mochte und vor allem, wie Harry Voldemort endlich besiegen kann. Natürlich entdeckt Harry, dass er sich selbst opfern muss, um den dunklen Lord zu besiegen. Man könnte argumentieren, dass dies nicht so sehr die Rettung von Harry bedeutet, sondern vielmehr die Anweisung, ihn zu töten. Aber am Ende erweist sich Harrys Aufopferung nicht als das Ende seines Lebens. Ohne Severus, der dieses entscheidende Detail über die Überwindung Voldemorts vermittelt hätte, wäre Harry also nicht in der Lage gewesen, ihn zu besiegen und lebend und gesund auf die andere Seite zu kommen. Und das war's wieder mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Gibt es offensichtliche Fälle, in denen Snape Harry gerettet hat, die ich irgendwie übersehen habe? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn du mir aushelfen möchtest, fülle gerne die Umfrage offen und ehrlich aus. Dauert auch nicht lange. Link ist unterm Video. Und wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.